So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ihr wisst, es ist die Umweltwoche bzw. die Nachhaltigkeitswoche, das Umwelt-Event, wie auch immer. Da gibt es wieder besondere Raid-Bosse. Und ich möchte immer noch meine Trainer-Hoffnungs-Medaille pushen und meine Champion-Medaille. Ich war so froh, dass die endlich auf 1000 war. Ja, für Bladin braucht ihr jetzt 2000 oder so, glaube ich. Wir können noch mal ganz fix hier reingucken. Umweltwoche heißt, es gibt auch ein T-Shirt. Ja, ich habe das noch gar nicht ausgecheckt. Guckt mal kurz in Oberteile rein, da müsste es hier für die Umweltwoche genau das Umwelt-T-Shirt geben. Passend also, zum Event ziehen wir uns ein T-Shirt an. Der steht immer noch so behindert da, egal. Ich glaube, wir nehmen auch mal eine andere Pose, dass der einfach wieder normal dasteht, weil das geht so echt nicht, ja. Mach mal die, die fand ich immer cool. Fertig, go. Umweltwoche, Umwelt-T-Shirt. Umweltwoche heißt aber, es gibt viele Pflanzen-Pokémon. Ich möchte jetzt alle Einer- und Dreier-Rates machen, die da sind. Da werde ich mir aber ein Glurak hernehmen, denn da können wir gleich noch eine Medaille pushen. Die Mega-Entwicklungsmedaille, wenn ihr 10.000 Mal Mega-Pokémon entwickelt. Wir können jetzt hier die Mega-Entwicklung durchführen. Wir machen die natürlich auf Y, nicht auf X, weil das ist stärker, kommt höher. Hat jetzt 4.700. Reicht jetzt 8 Stunden. Medaillen wollte ich mir noch angucken. Ich bin etwas durcheinander. Ich hätte das alles irgendwie anders vorbereiten sollen. Wo haben wir denn die Champion-Medaille? Champion, Champion. Also ihr seht, wir haben bei der Kampflegende 5.300. Das ist kein Ding. Immer wenn irgendwie neue Raid-Bosse da sind oder so neue Legendäre, da haue ich immer drauf. Bei Champion ist das leider nicht so. Bei Champion sind wir bei 1.200 von 2.000. Das zählt ja nur für nicht-Legendäre. Und ich mache eigentlich nie nicht-Legendäre Raids. Dann habt ihr hier Trainer-Hoffnung. Irgendwo. Ries glaube ich jetzt auf Gold genau. 92 von 150. Die haben so viele Leute schon voll. Ich natürlich nicht. Ich war letztens im 70er-Bereich. Seitdem habe ich mir geschworen, immer wenn jetzt ein neues Event ist, neue Raid-Bosse, ich werde einfach ein Glücks-Ei einwerfen und einfach jeden 1er Raid und 3er Raid fix spielen. Damit ich beide Medaillen pushe. Und das ist sehr passend, finde ich. Das Umwelt-Event läuft nämlich nicht mehr so lang. Außerdem noch kurze Anmerkung. Das Video heute wird gesponsert von Polygon Enhancer. Also wundert euch nicht, wieso meine App ein bisschen anders spielt als normal. Wer was dazu wissen möchte für Leute, die Android nutzen, nur für Android-Nutzer, die darüber mehr erfahren möchten, können mal in der Beschreibung die Links auschecken. Da gibt es extra eine Root-Gruppe dafür. Und ansonsten bitte keine weiteren Fragen stellen, was im Fight Club passiert. Das bleibt im Fight Club. Jetzt möchte ich mal gucken, was ist hier überhaupt in der Nähe. Kukowai und Scheldera. Wir wollen aber mit den 1er Raids anfangen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme hier ein zweites Handy parat und lade mich einfach mal ein. Ich lade mich ein zu ein paar netten Raids. Wir gehen der Reihenfolge nach und den ersten Raid, den wir haben, das ist hier ein Bitora. Oder wie der heißt. Nö, der ist gerade weg. Toll, das hat ja wieder sehr gut geklappt. Moment. Das ist genau dasselbe Prinzip wie bei Rates für Zuschauer, wie wir das immer machen. Der geht bis 12.07 Uhr. Gehen wir halt hier hin. 12.07 Uhr. Gehen da drauf. Laden den großen Account jetzt immer ein. Und sobald wir in der Lobby sind, können wir dann ein Glückseid zünden. Der erste ist also Bitora. Ihr werdet das gleich sehen, wie das funktioniert. Ich habe ja nur den einen Account, den lade ich ein. 103 Sekunden. Okay. Rams ist der Dicke. Einladung ist raus. Wir können uns also gemütlich eigentlich hier in den Bildschirm stellen und können warten, bis die Einladung angezeigt wird. Ich hoffe, das passt so. Ansonsten seht ihr ja unten immer, wenn es orange wird, wenn ihr eine Einladung bekommt. So. Wir warten, wir warten, wir warten. Wo ist die Einladung? Da ist die Einladung. Wir gehen mal drauf. Ramses Raid Party lädt ein zu einem Bitora Raid. Wir machen also mit. Wir müssen zwischendurch wahrscheinlich dann nochmal Pässe kaufen. Wir können ja immer nur drei haben. Das sind aber mehr als drei Raids. So. Der kann jetzt hier gemütlich kämpfen. Dann nimmt er das Pflanzen-Pokémon. Wir gehen so lange hier schon mal raus und suchen den zweiten Raid-Boss. Denkt dran, dass wir ein Glücksei anmachen wollen. Aber erst kurz bevor die Lobby losgeht. Das müsste jetzt für beide Medaillen zählen. Beziehungsweise auch nicht, weil den habe ich schon mal gemacht. Ich mache den fürs Video jetzt einfach nur nochmal mit. Suche mir jetzt schon mal den zweiten Raid. Und der zweite Raid wäre dann ein Kastatur. Kastatur geht bis 12.17 Uhr. Stell ich mich schon mal hin. Der Kampf dürfte ja nicht lange dauern. Theoretisch könnte ich jetzt schon Kastatur aufmachen. Die Lobby. Und dann einladen. Ich mache das mal, sobald er losgeht. Zehn Sekunden sind noch drauf, falls ihr das nicht seht. Eigentlich müsstet ihr es sehen im Hintergrund. Sieben, sechs, fünf, vier. Wir werfen also jetzt mal das Ei rein. Ich wähle da jetzt nicht großartig was aus. Bei den Dreiern muss ich eher darauf achten. Die Dreier werden dann wahrscheinlich manches Solo geschehen. Hier werfe ich jetzt mal den Pass ein. Und lade auch den Account ein. So. Jetzt müsste ich, wenn ich fertig bin mit Bitora, müsste ich theoretisch dann gleich die Einladung für Kastatur haben. Da ist Bitora. Bitora ist ein 77,8%. Weil wir das auch noch entwickeln müssen. Nehmen wir mal hier ein... Nehmen wir mal eine gelbe Beere. Werfen mal einen Ball drauf. Gehen direkt zum nächsten. Da seht ihr, dass Ramses Raid Party eingeladen hat. Zu Kastatur. Wir müssen Pässe kaufen. Gehen ins Kastatur. Gehen hier wieder raus. Und suchen uns... ...den dritten Raid Boss. Das ist bei den einen sehr unkompliziert. Der wird zwar hier noch angezeigt, der ist aber nicht mehr drin. Nach Kastatur haben wir Unratütox. Wir suchen uns also einen Unratütox Raid. Da kann ich bestimmt schon wieder rein. Außer wenn Leute drin sind, dann ist die Zeit zu knapp. So ist es aber schön. Da muss man nicht so lange warten. Hier zeigt es auch schon Feuer-Pokémon an. Jetzt habe ich theoretisch das Mega-Glurak momentan umsonst entwickelt. Da ist auch niemand. Das heißt, wenn der Kampf hier losgeht... Hier, wir nehmen den mal als erstes. So, damit das auch Sinn hat. Sobald der Kampf hier losgeht, kann ich in den Unratütox Raid einladen. Und dann, wenn ich gefangen habe, direkt wieder auf die nächste Einladung. Das ist eigentlich so simpel und so genial. Das ist eine Mischung aus Polygon und Aipogo. Also... Mach das aber nicht nach. Überlass das den Stuntman. Wie die das machen. Hätte ich eigentlich bisher immer so machen können. Warum denn nicht? Man gibt so viel Geld aus. Ich bin jetzt bei 4.500 Euro oder irgendwas, was ich in das Spiel reingesteckt habe. War dann aber jedes Mal knauserig. Und hab gesagt, was? Kastatur-Raids? Nein, danke. Da mach ich Feldforschungsaufgaben. Die krieg ich wild. Die krieg ich sonst was. Ich würde niemals einen Raid von einem Pokémon machen. Was es auch wild gibt. Aber es bringt dich doch nicht um. Ich hab gesehen, manchmal macht es auch voll Spaß. Wenn du einfach random irgendwelche Leute einlädst. Und die kommen sogar rein und machen dann sogar mit. Kastatur brauche ich jetzt eigentlich keine Bonbons. Fangen wir einfach drücken drauf. Haben hier schon die Einladung für den Unratütox-Raid. Gehen auf das Unratütox. Da ist auch jemand anderes mit drin. Okay. Wir haben also Begleitung. Verlassen den Unratütox-Raid hier aber wieder. Und suchen den nächsten. Der nächste wäre dann ein... Vor allem der Undertaker ist drin. The Undertaker. Wir haben noch ein Anton und ein Diktar. Wir gehen der Reihenfolge nach. Deswegen gibt es jetzt Anton bei den Boston Games. Ich hätte nie im Leben einen Anton-Raid gemacht. Danke. Danke, Niantic, dass ihr die Champion-Medaille erhöht habt. Danke, dass ihr die Trainer-Hoffnungs-Medaille eingeführt habt. Dafür ziehe ich mir gerne das Umwelt-T-Shirt an und verschwende meine Raid-Passe. Hier steht auch nichts weiter da. Da ist also keiner drin. Das heißt, ich könnte theoretisch schon aufmachen. Das spart alles Zeit. Und alles ins Ei rein. So musst du das machen. Jetzt sind es sogar vier. Der Paul ist auch reingekommen. Undertaker und Paul Barra in einer Lobby. Ich habe mal hier drüben schon drauf gedrückt, den Pass eingeworfen und den Account eingeladen. Und ihr seht schon, mit vier Mann Unratütox ist viel schwieriger, viel heftiger. Das hat viel länger gedauert als normalerweise. Normalerweise. 82 Prozent. Okay. Alles klar. Unratütox. Zack. Wir gehen drauf. Wir gehen zum Nächsten. Wir gehen zum N-Ton. N-Ton. Einmal rein. Hier wieder raus. Sind noch 80 Sekunden übrig ungefähr. Suchen uns das letzte. Suchen uns das Dicta. Und dann sind wir mit den Einer-Raits theoretisch schon durch. Ihr nehmt jetzt natürlich Pflanze. Weil N-Ton ist ja Wasser. So. Dicta. Nehmen wir an. Twisted Fountain. Alles klar. Habt ihr schon mal einen Dicta-Rait gemacht? Oder einen N-Ton-Rait? Habt ihr generell? Was ratet ihr so momentan? Demeteros. Ich werde am Ende auch noch einen Demeteros-Rait mit reinbringen. Glaube ich. Wenn ich da ihn hab. Und das passt. Gibt es auch den Demeteros noch am Ende. Dicta. Dicta. Dicta ist noch 7 Minuten da. Ist auch keiner drin. Das heißt, ich könnte gleich wieder aufmachen. Oder erstmal einen Schluck nehmen. Die Leute lachen mich schon aus. Die Leute sagen schon. Haha. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Medaille hab. Wo ich mehr hab als Ramses. Ich hab schon 190. Ramses hat 70. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen nachziehen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Bin jetzt im Dicta-Rait. Lade jetzt ein. Ich kann hier gemütlich das N-Ton plättern. Eigentlich wollte ich nur die Einer und Dreier machen. Und zum Abschluss vielleicht einen Demeteros. Ich schau mal, ob es sich ausgeht. Ob wir vielleicht trotzdem von den Mega-Raits jeweils einen mitnehmen können. Glaube ich, ist aber schlechter. Und bei denen weiß ich auf jeden Fall, die habe ich schon gemacht. Denn immer, die Mega-Raits sind ja noch nicht so alt. Und weil die noch nicht so alt sind, habe ich die natürlich alle schon gemacht. Ja? Manche sagen, bei den anderen Raits, selbst wenn du früher mal einen Schein-Ux gemacht hast, es kann sein, dass wenn du jetzt eins machst, es dann erst dazu zählt. Weil man nicht weiß, wie weit die Medaille zurückgeht. Wie weit das reicht. Brauchen wir also wieder hier. Drücken wieder drauf. Und suchen uns schon mal den ersten Dreier-Rait. Es gibt ja keine Vierer mehr. Deswegen müssen wir die Dreier suchen. 3, 3, 3. Ich glaube, damit es spannender wird, würde ich aber, glaube ich, die Dreier-Raits sogar alles solo probieren. Solo machen. Das heißt, das Erste, was wir haben, ist ein Shelter-Rain. Shelter-Rain. Shisha-Show. Was nehmen wir denn? King, Bass und Gitter. Nehmen wir den einfach. Egal. King, Bass und Gitter. Nehmen wir den. Gehen wir drauf. Da ist die Zeit auch wieder wurscht. Shelter-Ra, Shelter-Ra, genau, habe ich doch gesagt. Habe ich nicht gesagt Shelter-Ra? Doch, habe ich gesagt. Ich mache eine private Gruppe. Ich werfe den Pass ein. Ich erstelle die Gruppe. Und ich lade den Ramses-Account ein. Das ist dann der erste Dreier-Raid. Der dann solo probiert wird hier. ist Pflanze. Deswegen, wie gesagt, Feuer. Dann. Wir sind ja noch nicht dort. Wir sind jetzt erstmal hier beim Diktar. Ist Boden. Boden. Ja, machen wir mal über da Kampf. Warum haut uns das jetzt hier? Flug? Es brennt einfach das Diktar weg. Okay, ihr wisst Bescheid. Das dikt dann nicht auch Stahl? Das kann sein, dass das Stahl mit ist und deswegen Feuer nimmt. Ich habe mich jetzt nicht so großartig damit beschäftigt. Mit dem ganzen Gefachse. So, die nehmen wir auch mit dem Krümel. Zack. Gehen drauf. Haben hier Ramses-Raid-Party. Ein Schilderer. Jetzt wird es knackig, ne? Oder auch nicht. Jetzt gehen wir raus wieder mit dem anderen, dass wir auch ja alleine drin sind. Habt ihr den Gruppencode gesehen? Da zeigt es Eis. Nehmen wir Eis? Nehmen wir Feuer? Ich glaube, Benny hat gestern gesagt, mach Eis. Nimm Eis. Nimm Eis. Jetzt habe ich das umsonst entwickeln. Wir nehmen mal hier Eis. So, dafür nehmen wir aber unsere Mammutel-Armee. Gehen hier raus. Und suchen schon mal den nächsten Dreier. Wenn es natürlich jetzt nicht passt und ich verliere, wäre es ja schlauer, an der Arena zu bleiben. Ja, egal. Ich werde die schon irgendwann wieder finden. Als nächstes haben wir hier Kamerubt. Kamerubt wäre der nächste. Ich habe mir jetzt vorher nicht angeguckt. Was, welche Schwäche hat oder wie viel man wofür braucht. Aber theoretisch dürfte das alles jetzt nicht so problematisch sein. 3, 2, 1. Mammutel-Armee. Wurde auch gefragt, ob Mammutel ein gutes Pokémon ist. Mammutel ist, weiß ich nicht, ich würde sagen, der beste Eisangreifer. Hat, glaube ich, keine Mega-Entwicklung. Aber Mega-Rex-Blizzard kann sein, dass das vielleicht noch besser wird, wenn ihr das entwickelt. Aber Mammutel darf eigentlich nicht fehlen. Mammutel hatte als Quiegel nen C-Day. Theoretisch dürfte jeder ne Mammutel-Armee haben. Außer natürlich die neueren Spieler. Die haben halt jetzt wieder nix. Ich glaube, sobald das hier bei der Hälfte ist, würde ich dann wieder einladen. Also, das geht. Eigentlich recht flüssig. Bin immer noch beim Ersten und es ist fast bei der Hälfte. Gut, jetzt ist es umgefallen. Ich glaube, da kann ich trotzdem jetzt schon einladen, dass wir dann nicht so lange warten müssen. So, da müssen wir nicht mal hingucken, was wir machen. Wir laden ein für das Kamerubt. Wenn es zu knapp ist, müssen wir halt nochmal raus. Kamerub wird noch mitgenommen. Hier wird weiter gedrückt. Wie auf der Toilette. Essen muss ich übrigens auch noch was. Ich habe heute wieder volles Programm. Jetzt fix das aufnehmen, dann muss ich raus. Muss noch ein Raid machen. Mit den anderen gelben Accounts zusammen für die Interaktion. Muss mir da noch ein Fünfer suchen. Dann wollte ich beim NAR Battle schon wieder streamen. Dass ich da die nächsten Paarungen bewerte. Dann ist heute wieder Raids für Zuschauer mit Mega-Bisa-Floor. Müssen wir ja auch wieder streamen abends. Also, es ist immer was zu tun. Jetzt ist aufgenommen, dass wir noch ein Video für heute haben. Und ich dachte, wenn ich das eh mache, dann kann ich das auch aufnehmen und euch zeigen. Vielleicht interessiert es trotzdem den einen oder anderen. Wen es nicht interessiert, der muss es ja nicht gucken. Aber trotzdem, keine Ahnung. Ich weiß von Benni auf jeden Fall, dass Benni einer ist, der gerne alle Raids, alle Dreier-Raids immer solo probiert. War jetzt hier eigentlich relativ easy. Die Zeit achten. Nein, meine Lobbyzeit, haut ab. Geh weg. Alles klar. Äh, Ramses, Ramses, ich muss hier oben hin. Ramses-Raid-Party. So. Kamerubt ist Boden. Vielleicht Wasser? Wieso packen sie das Garados vorne hin? Ah, weil es ja mega sein kann. Ich packe jetzt nur mal die Kiyoke rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mit dem muss ich raus. Jetzt habe ich die hier drin. Auch wenn der noch da steht. Der ist jetzt nicht mehr da, weil ich mit dem schon wieder den nächsten suchen muss. Und der nächste danach wird... Kamerubt. Rizeros. 600 Rojo. Ja, nehmen wir mal den, der geht bis 28. Rizeros habe ich, glaube ich, letztens aber auch einen gemacht für die Medaille. Wäre jetzt also wieder doppelt gemobbelt. Egal, nehmen wir mal mit. Rizeros ist trotzdem ein cooles Pokémon. Vielleicht gibt es noch ein paar... Vielleicht gibt es noch ein Hunderter aus dem Raid. Man weiß es nicht genau, ne? Benni auf jeden Fall immer bedacht, auf Dreier-Raids Solo zu machen. Ich weiß nicht, was ihr es so immer raidet. Für mich war eigentlich immer klar, wenn ich was raidet, dann Fünfer, 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 Fünfer. Aber wie schafft ihr es dann, eure Trainer-Hoffnungsmedaille schon alle aufbauen? Das heißt, vielleicht habt ihr keine Möglichkeit, Fünfer zu raiden. Und deswegen raidet ihr sowieso alle Einer und Dreier. Und ich wundere mich, dass ich hinterher hänge. Obwohl es sich mir halt immer wieder strebt hat, zu sagen, okay, nimmst du das halt mit, machst du da noch ein Raid, machst du hier, machst du jenes. Auch Kamerubt, ich meine, es gab Kamaube so oft in der Wildnis überall. Warum sollte man einen Kamerubt-Raid machen? Rizaros damals war sehr beliebt. Ja, man hat gleich gespart, man hat auf die EV gehofft. Aber auch jetzt nach dem Sea-Day, warum sollte man Rizaros-Raid machen? Wenn nicht für die Medaillen mittlerweile. Da sind wir jetzt drin, da können wir wieder raus mit dem. Wir können das mit den Kyogren nochmal so machen. Ich glaube, die müssten sogar alle noch leben. Hm, oder auch nicht. Ich glaube, ein Hunderter ist tot. Oder zwei Hunderter sind tot. Oder drei Hunderter sind tot. So viel habe ich gar nicht. Toppe Leber. Hauen wir mal kurz hier drauf auf die. Die zwei Mammudel sind nämlich auch weg. So. Top-Trank noch verschwendet. Machen wir hier auch nochmal Kyogre. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Können hier schon wieder den nächsten suchen. Nach Rizaros kommt nämlich... Mh, 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 mh. Kogowai. Alola Kogowai. Bis 12, 12. Ja, der ist schon auf Street Basketball. Gehen wir mal da hin. Alola Kogowai auch. Habe ich, glaube ich, noch keinen Raid gemacht. Also jetzt, seitdem es wieder da ist. Dürft auf jeden Fall zählen. Scorchler-Raid habe ich letztens gemacht. Aber das war noch in dem... In der Rivalen-Woche, glaube ich. Hier machen wir auch wieder privat. Na gut, das war vielleicht jetzt ein bisschen zu früh. Erstmal Schaden machen, dann reingehen, dann draufknallen. Kogowai als Shiny sieht natürlich auch sehr schön aus. Rizaros gibt es auch als Shiny. Also es gibt eigentlich alles mögliche als Shiny. Obwohl Rizaros aus dem Raid, glaube ich, nicht Shiny sein kann. Das ist... Das ist sehr komisch, ne? Manche Weiterentwicklungen packen sie als Shiny in den Raid. Manche natürlich nicht. Sobald irgendwas ein Mega-Raid ist, kann es dann doch auch wieder Shiny sein. Na gut, die wollen ja, dass ihr auch Mega-Rades macht. Aber die macht ihr ja sowieso. So, manchmal, die meisten, irgendjemand, irgendjemand bestimmt. So, Rizaros, Ramses, der Dicke, eingeladen, fertig. Mensch, es müsste eine Medaille geben, wenn man Leute einlädt. Lade 100 Leute zu einem Raid ein. Lade 500 Leute zu einem Raid ein. Lade 1000 ein und lade 2000 ein für Pladin. Das wäre doch nett. Sodass man immer, wenn man mit anderen zusammenspielt und andere einlädt, man auch belohnt wird. Die sich freuen, dass man keine Ego-Gänge macht. Sodass man wirklich sagt, yo, mach ich. So, wie sieht hier der Kreis aus? Der ist wieder knüppelrot. Aber wir haben noch 70 Sekunden Zeit. Ich kann mir schon mal Gedanken machen, was man bei Cocoi nimmt. Eigentlich auch Feuer, oder? Das ist ja, gut, das ist Psycho und Pflanze wahrscheinlich. Na, Feuer würde gehen. Wozu habe ich jetzt eigentlich Glurak entwickelt? Wenn ich das einzige Pflanzen-Pokémon bisher, was ich hatte, mit Eis besiegter, können wir es vielleicht jetzt nutzen beim Cocoi. So, Gruppencode ist da. Hier, Feuer. Da steht aber auch Flug natürlich vorne dran. Nein, ich möchte Feuer. Ich möchte mir jetzt ein schönes Feuer-Team zusammenstellen. aus Mega-Glurak, Regiram, ein 100er Heechern, ein 100er Entei, ein 100er Lavados und ein 100er Flampivian. Das 100er Skalabra lassen wir mal weg. Okay, mit dem gehen wir wieder raus. Gibt's noch einen 3er. 3, 3, 3. Und wir haben nach Cocoi noch... Oh, ja, genau. Giflor. Duflor. Duflor? Giflor. Miraplar. Duflor. Giflor. Giflor gibt's noch. Der ist sogar mit Wetterboost. Bis 12,57. Ja, wir nehmen einfach den ersten an. Fuentes Ressus. Laden dafür ein. Man kann auch schön oben an den Blättern erkennen, ist das jetzt männlich, ist das jetzt weiblich. Und dafür werden wir auch nochmal Feuer benutzen, damit wir das nicht umsonst gemacht haben. Ich muss nur sehen, wann ich das eröffne. Denn wie man sieht, ist das nicht effektiv. Ramses. Benni. Benni Ramses. Uuuh. Hätte ich doch Eis nehmen sollen. Was ist denn? Das Ding ist... Ah, das ist ja Drache, nicht Psycho. Bist du denn bekloppt oder was? Das ist Drache und Pflanze. Das heißt Eis, Eis, Eis. Ne, das heißt Eis Baby. Das heißt 1, 2, 3, Kind. Hätte ich lieber Eis genommen. Und das Glurak einfach ignoriert. Ich mein Eis, ja. Eis gegen Drache, Eis gegen Pflanze. Super, super Sache. Und so? Nix. Wir können aber, wenn wir wissen, dass es Drache ist und das Feuer eh nicht effektiv ist, hier einfach Draco Meteor nutzen. Weil Drache gegen Drache ist ja auch effektiv. Boom! Hm. Hat ja auf jeden Fall viel gebracht. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den Raid trotzdem schaffen. Das heißt, ich würde vielleicht trotzdem gleich schon einladen mit dem anderen. Und dann, dass mir das gleiche bei DuFloor, Gifloor, DuFloor, DuFloor auch noch passiert. Ich, ich versuche es mal. Ich lade schon mal ein. Wir werden hier den Rest noch runterziehen. Hmhm. Gruppen Code braucht man ja nicht. Laden ein. Ein. Ramses. Der Dicke. Zack. Aber das Regierahmen, das hält sich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Komm, den packst du noch. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen, Junge. Jetzt kommt noch ein Move. Und er ist tot. Naja. Kommt halt Heatran und staubt wieder ab. Ganze Zeit sitzt es auf der Ersatzbank. Und dann kommt es rein und schießt direkt ein Tor. Und alle sagen, Du bist der Beste. Der ist ja auch noch frisch. Der muss ja noch nicht 90 Minuten übers Spielfeld rennen. Guckt da einfach nicht hin und fragt euch nicht, was da passiert. Wie gesagt, dieses Video ist gesponsert von Polygon Enhancer. Bruder. Chevy Art lädt ein. Chevy, das tut mir voll leid und so. Wann haben wir denn die Gelegenheit, noch einen Fünfer zu machen mit Chevy? Wir machen einfach fix den Fünfer mit Chevy. Dann muss ich hier zwar wieder raus. Ist aber nicht weiter schlimm. Und lade einfach gleich nochmal ein. Vor allem brauche ich jetzt hier wieder meine Eis-Fraktion. Chevy Art. Chevy Arts. Nom. Rams ist der Dichte. 50. Mit Mega-Entwicklung. Mega-Entwicklung mit Feuer. Gut, ich habe ja gesagt, ich wollte eh sehen, dass ich vielleicht einen Fünfer-Raid noch mit einbringe. Mit einem plane. Jetzt habe ich das natürlich... Äh... Vom Timing her anders als gedacht. Ich wollte erst die Einer und die Dreier alle durchmachen. Das Giflor, jetzt habe ich jetzt steht sogar da. Das Giflor hat noch gefehlt, aber trotzdem. Wer ist jetzt noch? Elmo ist noch mit reingekommen. Da können wir bestimmt auch, wenn der Kampf losgeht, schon drauf. Und vielleicht trotzdem schon privat einladen. Das ist ja... hat ja auch... ist ja so schwach eigentlich. Obwohl Demeteros das Stärkste ist von den Tiergeistern, hält es halt im Raid nichts aus, wenn du dagegen klopfst. Also könnte ich bestimmt gleich schon die private Gruppe wieder aufmachen und endlich für das Giflor einladen. Was wir diesmal mit Feuer-Pokémon besiegen. Und diesmal nehme ich die Feuer-Pokémon in einer anderen Reihenfolge. Dass man auch mal das Flampivian im Einsatz sieht. Das würde bestimmt viele interessieren. Oder... 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 Skalabra. Oder Lavados. Oder irgendwas anderes. Lavafrosch. Ja, dann bleiben eigentlich nur noch die Mega-Rais übrig. Aber Mega-Raid alleine schaffst du nicht. Und ob da Leute da sind, um die Mega-Rais noch mitzumachen, weiß ich nicht. Aber wenn das Glücks-Ein noch läuft, könnte man das mal abchecken, ob man vielleicht die drei noch mit rein packt. Ansonsten vielleicht noch fix Geschenke öffnen. Von ein paar Einern oder Zweiern. Je nachdem, wer da ist. Gestern in der Raid-Mania, also in der Raid-Stunde, hat es ja auch wieder nicht geklappt. Ich habe die Dreier und Vierer geöffnet, wie angekündigt. Hat geklappt. Und dann, weil ich noch Zeit hatte und noch auf dem Ei Rest-Ei, habe ich gedacht, okay, öffnest du halt mal jetzt noch ein paar Zweier-Aufstiege. Dann kamen aber so viele Einladungen für die Raids, die oben immerzu eingeblendet wurden, dass mir die geöffneten Pakete nicht eingeblendet wurden und ich keine Punkte bekommen habe und nichts angezeigt wurde, weil es wieder so viele Benachrichtigungen waren. Dieses Notification-Cap. Aber, ja, was will man machen, Niantic? Dann lasst doch nicht 400 Freunde zu. Ihr müsst doch damit rechnen, wenn man 400 Freunde hat, dass 400 Leute dann auch theoretisch eine Benachrichtigung auslösen, wenn sie ein Geschenk öffnen oder wenn sie eine Raid-Einladung schicken oder sonst was. Und wenn das System dann damit überfordert ist, dann darf man halt nicht so viel zulassen, wenn man das dann nicht gehandelt bekommt. Das ist natürlich schade, wenn die Leute dann alle ihre Päckchen öffnen und dann gibt es keine Punkte, dann gibt es kein gar nichts und jetzt sagt nicht, hey, das war doch bekannt, dass es momentan einen Bug gibt. Den gibt es nicht momentan. Das ist schon immer so. Bevor die jetzt alle auf die, äh, Bretter gesprungen sind und haben gesagt, ich habe meine Punkte nicht bekommen, wir haben schon vor einem halben Jahr gesagt, ey, C-Day, ich habe tausend Leute, äh, Level-Up gehabt und hat nichts angezeigt, Bruder. Da war das auch schon so. Das ist nicht jetzt erst so. Das war schon immer so. Das war selbst schon, als es nur 200 Leute gab, war das das gleiche Problem. Wahrscheinlich haben es jetzt erst die meisten aber mitbekommen, seitdem es mehr Freunde gibt. Ich muss hier nochmal raus, ich muss nochmal neu einladen, sehe ich gerade. Obwohl die Zeit so knapp wird. Hat der Chevy mir den ganzen Plan versaut. Aber wenigstens, der Fünfer ist schon mit drin. So, Chevy, wie lange hat er noch? Wir haben nur noch vier Minuten auf dem Glücksei. Oh mein Gott. Ach so, ja, hier warten. Ja, dann würde ich sagen, dann passen die ja eh nicht mit rein. Die Mega Raids ins Glücksei. Dann brauchen wir auch keine Mega Raids machen. Bin ich nicht schlau. Die würden zwar, glaube ich, für die Champion-Medaille mit dazu zählen, aber nicht für die Trainer-Hoffnungs-Medaille. Denn, ich habe hier jeden Mega Raid schon entwickelt. Als männlich, als weiblich, als shiny, als sonst was. Äh, damit das im Pokédex eben komplett vollständig ist. Jetzt zeigt es mir hier wieder nichts an. Egal, wir gehen mal hier raus wieder mit dem. Und die sind ja relativ neu, wie gesagt. Also, da musst du jetzt nicht unbedingt irgendwas fürs Video. Es geht ja auch viel zu lang dann. du kannst ja nicht so ein langes Video machen jetzt. Ja, hau mal hier wieder drauf. Sehr schöne EV-Anzeige. Das ist wohl die beste EV-App der Welt. Video sponsert bei Polygon Enhancer. Ich glaube, ich schaufel mir damit noch mein eigenes Grab. So, probieren wir es mal mit vorher. Aber wie gesagt, ich möchte mal Flampivian vorne testen. Und wir gucken uns mal Skilabra an, was das kann. Wir können euch zeigen, dass NT nichts kann. Genauso wenig wie Heatran. Packen uns aber noch das Lavados rein. und damit wir es nicht umsonst entwickelt haben, am Schluss noch das Glurak. Ach, ist das herrlich. So machen wir das. Ich kann trotzdem mal gucken, wenn ich nach einer Mega-Raid gucke und schaue. So, Flampivian. Level 6. 1,1 Kilometer. Ne, wir wollen nach Distanz. Dann haben hier ein Mega-Bieser-Floor. Sind bei Mega-Bieser-Floor Leute am Start? Könnten wir trotzdem versuchen, dafür einzuladen? Sind zwei Leute drin? Gucken wir uns das mal aus der Nähe an, wie das ausschaut. Ah, Flampivian ist schon tot. Also sieht eigentlich gut aus beim Mega-Bieser-Floor. Da sind jetzt sechs Leute drin, noch 100 Sekunden Zeit. Da könnte man einladen, aber ich habe ja hier noch zu tun. Würde dann wahrscheinlich erst in die nächste Lobby kommen. Aber da würde die Zeit dann nicht reichen. Was labert der? Da sind bestimmt dann keine Leute mehr da. Skalabra macht doch eine gute Figur, oder? Guckt doch mal, wie das hin- und herzuckelt. Das greift ja richtig schnell und heftig und oft an. Das hat doch jetzt eine bessere Figur gemacht als das Flampivian. Ja gut, Entei, das ist jetzt wieder, wirkt dagegen etwas lahmarschig. Und dann hat es hier so eine Marshmallow-Krawatte, die nach hinten wegfliegt. Damit es schön geröstet wird. Alles klar. Aber von der Zeit her ist das auch kein Problem. Ich habe noch 37 Sekunden auf der anderen Uhr. Das wird nix. Ich muss ja noch fangen, sonst ist es noch nicht mal tot. Ich gehe am besten raus. 16 Leute im Mega-Bisa-Floor. Mega-Bisa-Floor gibt es auch heute Abend. Leute. Leute, Leute, Leute. So, jetzt müsste das eigentlich gleich auf Null schalten. Das schrumpft. Sehr schön. Sind schon wieder neue drin. Laden mal ein. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir es trotzdem, alle da reinzupacken. Jetzt kamen gerade die Punkte noch rein. 110.000. Das war gut, weil das war doch 2 Sekunden, bevor das Glücksei zu Ende war. Hierfür werde ich jetzt aber kein Glücksei zünden, weil ich nicht weiß, vielleicht bleibt es bei dem 1 Mega-Bisa-Floor-Raid. So, da können wir natürlich jetzt wieder Feuer nehmen. Ihr habt ja gesehen, Feuer ist auf jeden Fall sehr heftig am Start. Feuer, Feuer, Feuer. Lassen wir mal ein bisschen was beleben hier noch. Gerade das, was feuert. Ich will mir den direkten Vergleich. Obwohl, eigentlich wäre es natürlich sinnvoller, jetzt zu gucken, dass man schnell das besiegt, damit es mehr Energie gibt. Also nehmen keine Pokémon, die nichts können. Hauptsache, man pusht alles hoch, egal ob es was kann oder nicht. Dann kann man sich ja immer noch beschweren. Was packt man denn nun rein? Ich meine, der ist vorne dran. Vielleicht reicht das sogar schon, der eine. Die Lobby ist voll mit 20 Mann, also was da wieder abgeht. Lassen wir jetzt so, wie es ist. Egal. Lassen wir so, wie es ist. Lassen wir so, wie es ist. Solange suche ich hier nochmal. Es gibt ja jetzt so noch Mega Schlappohr und Mega Rex Blizzard. Vielleicht wäre das auch was für den Stream gewesen. Jetzt habe ich das jetzt Video gemacht, aber wann soll ich den Stream denn noch bringen? Heute Abend ist ja schon ein Stream. Morgen ist frei. Samstag, Sonnach sind ja schon Streams zur Not. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind auch wieder Streams. Also ich hätte gar nicht die Möglichkeit, das in einem Stream zu bringen, sozusagen. Feeds, Raids, Distanz. Hier haben wir ein Mega Schlappohr. Den 700. Gucken wir mal, ob da jemand drin ist, ob den jemand macht. Ob wir es schaffen, alle Raids. Da sind zwei Leute drin. Mega Schlappohr dürfte ja natürlich einfacher sein. Typ normal. Neben dem besten Kampf bei Mega Schlappohr. Hier bei Bisa Floor hätte man neben Feuer natürlich auch Eis nehmen können. Ihr wisst, Pflanzen sind sehr anfällig. Jetzt sind hier drei drin. Ich muss mal nach der Zeit gucken, nach der Lobbyzeit, wenn das hier funktionieren würde. Denn das geht jetzt relativ flüssig. 29 Sekunden. Ah, das wird zu knapp. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Da in die Lobby noch einzuladen. Kann ich auch gar nicht einladen. Ich darf nicht einladen. Warum? Ist doch noch Zeit gewesen. Ja, egal. Ich kann aber mal neu aufmachen. So, jetzt ist das andere nämlich neu auf. Und ich lade mich mal ein. Und hier habe ich 80%. So, einfach geht das. Da müsste jetzt das vom Schlappohr schon da sein auch. So, hier. Mega Schlappohr. Sind gerade fünf drin. Wenn der andere rausgeht, sind es wieder vier. Ich komme rein. Da sehe ich schon 43 und 47 in der Lobby. Jetzt sagen die sich, oh, guck mal, Ramses ist da. 47, 43, 34, 27. Ja, komm, das passt schon. Sind ein paar Psycho-Pokémon drin. Wahrscheinlich kämpft es natürlich wieder mit Psycho-Moves. Ich will aber trotzdem Kampf nehmen. Ich bin da unbelehrbar. Wir nehmen den Günther, den Hans, den Klaus und den Ferdinand. Helmut darf auch nicht fehlen. So. Dann fetzt das mich halt komplett weg, aber ich mache trotzdem Schaden. Das ist wichtig. Ich gehe auch ganz, ich gehe auch kurz vor Ende erst raus. Nicht, dass sie plötzlich alle Schiss kriegen und hauen ab. Wer ist jetzt noch drin? Margot Tejedo. Servus. Servus und habe die Erde. Ihr wisst Bescheid. Ich könnte schon wieder Bier trinken. Nein, natürlich nicht. Doch. Nach dem Video auf den erfolgreichen Tag, bevor ich dann streame beim NR, dass ich beruhigter bin. Jetzt gehe ich hier raus und suche mir natürlich noch ein Megarex Blisa. Kein Problem. Megarex Blisa. Ich stehe da an der Ecke, Bruder. Ja. Okay. Dann gucken wir mal da hin. Fiez. Sechs. Boom! Habt ihr das gesehen? Wie das einfach ein X-Man ist. Oder in dem Falle ein X-Woman. Was ist jetzt hier draus geworden? Das zeigt mir doch immer... Hm. Die zwei Eier sind noch zu 1 Uhr 18, 1 Uhr 16. Ne, das dauert zu lange. Suchen wir uns mal das. Das geht nämlich bis 1 Uhr 18. Das ist das Megarex Blisa. Das ist noch auf. 39 Minuten. Das ist relativ frisch. Sind noch 5 Leute drin, aber ich habe ja hier noch ein bisschen zu knabbern. So. Alle Raids. Alle Raids in einem Video. Leider nicht alle Raids in einem Glücksei. Also alle 1er, 3er und der 5er in einem Glücksei sind ja gewesen und das war eigentlich auch mein Ziel. Dass ich die jetzt hier mache ist eigentlich komplett schwachsinnig. Aber wir machen es trotzdem. Damit das Video wieder Überlänge hat. Denk mal so 45 Minuten würde das schon gehen. Hm. Jetzt können wir ja immer noch mit Psycho kämpfen. Komischerweise nimmt es nicht das Level 50 am Mewtwo vorne rein mit 4700 WP sondern einfach irgendein 96er Shiny. Warum auch immer. Das andere wäre doch viel krasser gewesen. Hält doch auch mehr aus. Macht auch mehr Schaden. Jetzt ist die Lobby um. Jetzt müssen alle neu einladen. Ich habe mal eingeladen. Jetzt kann ich schon sammeln. Jetzt laufen 119 Sekunden in der Mega Rex Blizzard Lobby ab. Ist auch schon ein Level 24er reingekommen. Team Gelb. Und ein 35er Team Gelb. Die kriegen gleich Zuwachs von meinem gelben Kollegen. Habe ich mich überhaupt eingeladen schon? Ich will es doch hoffen. So 80% das ist nichts. Wir beschleunigen das mal hier mit einer Beere. So raus und weg. Komm her. Mega Rex Blizzard. Toll der eine ist wieder raus gegangen. Der eine gelbe. Und zwar der mit dem höheren Level. Hätte doch drin bleiben können. Wartet Bruder. Guckt doch mal. Ich komme doch auch jetzt hier. Schaut euch das an. Zack. Jetzt geht's ab. Empfohlen. Da ist wieder Feuer am Start. Das sieht gut aus. Also nehmen wir natürlich wieder das Mega Glurack vorne rein. Müssen nur hier wieder mal Feuer eingeben. Feuer. So eins zwei drei vier fünf sechs irgendwie so zeigt mir leider jetzt nicht mehr alle an. Hier sehe ich ich bin da dann ein gelber 24 ein blauer 43 ein gelber 37 ein roder 21 ein roder 46 ein blauer 26 ein blauer 30 blauer 47 sieht doch jetzt ganz gut aus würde ich sagen erfolgreiches projekt alle rates in einem video alle normalen rates in einem glücksei oh jetzt bin ich habe ich vergessen mit dem anderen raus zu gehen jetzt habe ich schnell das handy zu gemacht vor lauter schiss deswegen dürften jetzt auch von 10 nur 9 drin sein ja sind 9 stück passt also perfekt passt perfekt wie die englische zeitform steht ja past perfect wenn ihr mal die schule besucht habt müsstet ihr das vielleicht kennen englisch bestes fach musst du gar nicht lernen musst du gar nichts mitmachen wenn du als kleines kind damals schon wrestling guckst und die stehen immer da und labern sich voll if you smell what the Ross is causing ne und dann kommt der nächste äh und sagt äh austin 360 says I just whooped your ass und dann weißt du schon was du zu dem lehrer sagen musst damit er dich ins Herz schließt da hast du dann viel aufgeschnappt obwohl es ja natürlich den unterschied gibt zwischen dem britischen englisch und dem amerikanischen englisch das britische mag ich nicht so das hat immer so einen kurbischen akzent ja und das amerikanische ist halt einfach so get the ass out bring den arsch raus was ja so ungefähr könnte man das deuten jetzt weiß ich natürlich nicht wie viel ich vorher auf der medaille hatte das habe ich mir nicht gemerkt wir könnten nochmal nachgucken müssen wir aber nicht wir können auch einfach so wie es ist jetzt es lassen 75% mensch das hat sich ja richtig heftig gelohnt dafür nehmen wir den jetzt auch nochmal mit doppelten bonbons mit oder versuchen es oder versuchen es zumindest so doppelt bonbons einfach Nabelsaft da ist auch jetzt nichts mehr am start da oben der geht noch 17 minuten ich glaube wenn ich mich beeil schaffe ich sogar noch fix hoch und kann oben den machen vor ort mit den ganzen gelben accounts für die interaktion das war es also von meiner seite aus schreibt mal rein habt ihr auch schon alle raids gemacht oder welchen raid boss von denen die momentan da sind habt ihr nicht gemacht und welchen habt ihr gemacht und was ist euer lieblings raid von denen die momentan da sind das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses bis dahin